Kurze, knackige Abstimmungsmeetings maximal einmal die Woche, nicht öfter. Zwischendurch Chat, klar, aber Gespräch, damit man sich auch mit Qualität vorbereiten kann, was auch Zeit kostet. Und sinnvollerweise einmal im Monat, meinetwegen auch alle drei Wochen, eine Vorstellung des Zwischenstandes mit vernünftiger Präsentation, mit einer UI oder mit einem Konzept, was man vorstellt, was bisher abgelaufen ist, dass man auch denjenigen abholt, ob das in die richtige Richtung geht. In diesem Meeting werden meistens auch noch Anforderungen, quasi ergänzt eventuell, dann notiert man sie sich, nimmt man die in der Anforderung mit auf, dann werden die irgendwo dokumentiert oder ergänzt. So kann man sich Step by Step herantasten.